Mach die Missionen mal ein bisschen besser. Abwesungsreicher. So, noch weiter. Gehen wir weiter hoch. Jetzt kommen sich wieder Gegner. Die Missionen sichern. Nein? Nein? Cool. Sie sind innovativ. Oh! 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 You think you're the only one that can improvise? Okay? You've triggered a self-destruct and the door is locked. Boom! Let's see you shut it down! Quick, head to that control room. I'll stop this thing! Don't worry, I'll keep everyone away. Oh! Ah! 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 Can't stop this self-destruct! Can't stop the self-destruct! But got the door open! That'll do. Ah! 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 I don't think they want to... I love watching you do that! Was? Zeit ist abgelaufen. Zeit ist nicht abgelaufen. Oh mein Gott. Oh je je je. Muss ich sicher alles nochmal machen. Ja sicher. Ganz klar. Dieses Let's Play bezeugert sich für 200 Stunden, weil Saints Row nicht sagt, was ich machen muss. Ja, sch... Sticken Ruhe. Momentan ist wirklich gar nicht mehr gut. Lasst sie in Ruhe. Weh, ich muss das alles nochmal machen. We need a final way out of here. There's the database on one of these computers is the code to the spaceships. We'll have to split up. That'll go faster. Split up? Fuck it. Head down that platform. So, what's the way out of here? Das hat so eine Überhitzungsgefahr, die so... Das hat so eine Überhitzungsgefahr, die so... Ja. Das war nicht mal 5 Meter. Ja, das war nicht mal 5 Meter. Kommt jetzt. Kommt. Kommt jetzt. Kommt. 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 Oh, du bist nicht falsch. Oh. Noch mehr Löcher geschossen. Heute noch. Heute noch. Heute noch. Lange Weile ist vorprogrammiert. Die Fekler wollen uns nerven. So, keine langweilige Mission will ich nicht spielen. Da kommt mir immer das Kotzen vor den Brücken. Hallo? Ah, da. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja und wo hier? Ah da. Ja. So. Also. Ich komme. Abkürzung, abkürzung. Kleine Abkürzung. Lange Weile vorprogrammiert. Lange Weile vorprogrammiert. Wie ist der andere? Wie ist das? Wie ist das? You think you were the only one that can improvise? Okay? You have triggered yourself destruct and the door is locked. Boom! Let's see who sh- Ich stelle das Ding. Oh, Daphne. Also jetzt weiss ich, was ich machen muss. Der Hitze der Schlachter sieht man gar nicht. Nimm dir die Laserkanne. Hallo? Ah, noch mehr. Die Mission ist unendlich. Was macht die? Ah, die macht das. Ich hab Nuller. Ah, hier ist die letzte Film. Wow. Cool. Ich hab einen Entschieben bekommen. Und das muss ich jetzt nehmen. Die Feuerwehrleute, liberate ein Impress group of Colonists. Und Alec Mason ist ziemlich heiß. Okay, das nächste Weapon wird perfekt für die Sache. Oh ja. You know, let's just finish the scene so we can get the hell away from Zhen. Aye, I'm off. So I have to go to the place. Aha. Go from there, go. Geh von dort weg! Wir sind hier noch Müss ich dir jetzt wirklich helfen? Ah, aufzuschreien! Nerf nicht! Das muss ich sicher noch ganz hoch zum Kommandestand! Das ist ganz normal! Ja sicher! Und jetzt sterb ich noch, oder was? Ja! Oh ja! Fast unmöglich! Ich bin beswegen ohne Bug! Macht einfach unglaublich viel Damage! Das ist wirklich mit Abstand die schlechteste Waffe! Ich bin jetzt! 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 Und jetzt? Oh ja! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Und jetzt muss ich das auch noch fliegen! Und wie fliegt man so einen schon? Oh nein! Zum guten Glück! Keine Untertitel! Dankeschön! Ich bin jetzt! Haben sie sogar noch die Untertitel vergessen! Ja, ja, die Entwickler machen vieles falsch! Aber wenigstens ist das Spiel gut! Aber wenigstens ist das Spiel gut! Und lepp ich auch! Ah, so viel! Cool! Yeah, Level 7! Spacepalm! 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 Aufstieg! Ja, aber darf ich jetzt nichts kaufen? Ich will jetzt zuerst Waffen kaufen! Genau! Das ist mein Bike jetzt! Lol, was ist denn da? Ich will das klären! Scheinbar hat Fraps wieder Probleme mit der Performance! Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin?